Heute gibt es sechs Kriterien, wie man ein Framework oder ein Tool bewertet. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal kein Tutorial im eigentlichen Sinne, sondern wir gucken uns oder beschäftigen uns vielmehr mit einer Fragestellung. Und zwar, wie entscheide ich mich eigentlich für eine Library oder ein Framework? Prinzipiell muss man sagen, es gibt sehr, sehr viele. Es gibt Millionen von Libraries und Millionen von Frameworks und irgendwann ist man in dem Punkt, dass man sich zwischen zwei entscheiden muss. Beispielsweise, ich möchte ein Balkendiagramm machen. Nutze ich dafür D3? Nutze ich dafür Charge.js? Nutze ich dafür irgendein anderes der eine-Millionen-Diagramm-Darstellungs-Frameworks oder Libraries? Und wie kann ich mich entscheiden, welches ich nutze? Und deswegen möchte ich euch heute sechs Fragen bzw. kleine Kriterien vorstellen, wie man eine solche Library, ein Framework bewerten kann, wie man es erfassen kann und wie man das im besten Fall vergleichen kann. Damit legen wir auch direkt los. Allerdings vorweg, ganz oben in der Videobeschreibung ist ein Link zu Discord. Dort könnt ihr wie immer den Community-Server joinen. Der Link sollte jetzt irgendwo stehen. Und hier poppt auch irgendwas Nettes auf. Ansonsten, ja, schaut dort einfach mal vorbei, fragt, wenn ihr Fragen habt, beantwortet, hilft anderen. Es macht immer viel Spaß dort, einfach über Gott und die Welt zu reden. Was heißt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Aber jetzt wollen wir nicht weiter Zeit verlieren. Also viel Spaß und los geht's. So, als erstes, wie kann man das Ganze aufbauen? Ich persönlich mache das immer so, ich nehme meine Excel-Tabelle, mache da die sechs Spalten bzw. ich mache sieben Spalten, den Namen des Frameworks und dann die sechs Aspekte, die wir uns gleich genauer angucken. Und dann mache ich für jede Zeile halt ein Framework, wo ich da eine Verschulnoten vergebe von eins bis sechs. Das heißt, eins ist gut, sechs ist schlecht. Und wer am Ende die geringste Punktzahl hat, ist der Gewinner und hat mehr oder weniger oder ist das Framework, was auf jeden Fall sich genauer angeguckt, was genauer angeguckt werden müsste. Das ist mein Vorgehen. Ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Ich finde, habe damit gute Erfahrungen gemacht und kann es nur jedem empfehlen, so vorzugehen und vor allem ohne eine vorgefasste Meinung in sowas reinzugehen. Das heißt, viele der Aspekte, die wir gleich haben, sind sehr subjektiv. Das heißt, es hängt von euch ab, von eurer Einschätzung, wie ihr das bewertet. Und ich würde jedem empfehlen, komplett ohne irgendwelche vorgefassten Meinungen daran zu gehen und nicht direkt zu sagen, Angular ist perfekt und React ist scheiße. Das verfälscht das Ganze und kann euch im schlimmsten Fall wirklich zusätzliche Arbeit aufbrummen oder ein tolles Framework, eine tolle Library schlichtweg vorenthalten, weil ihr es nie in Betracht gezogen habt. Deswegen neutral an die Sache rangehen, am besten Excel-Tabelle aufmachen und los geht's. So, der erste wichtige Aspekt ist im Prinzip, eignet sich das Framework möglichst elegant für meine Zielsetzung. Das heißt, ihr solltet zu Beginn dieses Vergleiches im besten Fall eure Zielsetzung haben. Das heißt, ich möchte ein Balkendiagramm machen. Dieses Balkendiagramm möchte ich nicht groß modifizieren. Ich möchte einfach nur ein Balkendiagramm haben und das soll ein paar Funktionen haben. Kann die Library, kann das Framework das umsetzen. Das heißt, ihr geht in das Framework, guckt euch ein bisschen durch die Documentaries, lest dort ein bisschen und seht, okay, das Framework, das kann das quasi, ohne dass ich irgendwas tun muss. Ich schreibe da eine Zeile Code und das ganze Ding funktioniert. Dieses Framework kann es auch, aber da müsste ich noch selbst was hinzucoden. Was heißt, ich habe da einfach vielleicht noch drei Funktionen, die nicht mit dabei sind, die mir fehlen. Ich möchte beispielsweise dynamisch einfach neuen Balken hinzufügen können, was das eine Framework bietet, das andere nicht. Das heißt, so könnt ihr vorgehen und das ist der wichtigste Punkt. Das heißt, hier müsst ihr dann einfach Noten verteilen, beispielsweise wenn ein Framework alles kann, alle Funktionalität bietet, die ihr haben möchtet, dann bewertet ihr das. Ihr könnt natürlich auch bewerten, ist das viel Aufwand. Das heißt, ist vielleicht ein Framework, da schicke ich einfach nur eine Ajax-Datei hin und eine JSON-Datei hin und es erstellt mir ein Diagramm. Bei dem anderen muss ich das erst compilen in ein anderes Format oder umwandeln in ein anderes Format und muss es dann dahin machen und das es ein bisschen aufwendiger kann. Dasselbe dauert länger, dann würde ich das schlechter bewerten. Aber das ist der erste Punkt. Das heißt, überlegt euch, was will ich von dem Programm eigentlich und kann es das und wie gut kann es das. Und das ist im Prinzip der erste Aspekt, der finde ich persönlich auch der wichtigste Aspekt ist. Der nächste Aspekt habt ihr meistens mit dem ersten Aspekt schon so ein bisschen beantwortet. Und zwar, wie gut ist das ganze Framework oder die Library dokumentiert? Was heißt, wenn ihr versucht, Frage 1 zu beantworten, würdet ihr ja nicht anfangen, direkt damit was zu bauen. Weil das ist viel zu zeitaufwendig, sondern ihr lest euch durch die Dokumentation, ihr lest euch vielleicht auf Stack Overflow ein bisschen was durch, wenn schon jemand mal Fragen gestellt hat oder so etwas. Und damit könnt ihr darauf schließen, wie gut ist das Ganze dokumentiert. Ist es beispielsweise eine wirklich, in Klammern, fast perfekte Dokumentation wie Anime.js oder D3.js oder so etwas? Oder sind es kleine Libraries, die von einem kleinen Entwickler irgendwo gebaut wurden, wo vielleicht so drei Zeilen auf der GitHub-Seite stehen? Das ist so ein bisschen das, wo man bewerten kann. Weil eine gute Dokumentation bedeutet Future-Proofing. Was heißt, wenn ihr größere Projekte habt, aufwendigere Sachen, gegebenenfalls das ganze Ding an Kunden weitergegeben wird und dort von anderen Leuten in Zukunft vielleicht weiterentwickelt werden sollte, dann ist es gut, wenn eine richtig aufwendige, gut dokumentierte Documentary vorhanden ist für das Framework, damit sich zukünftige Entwickler auch schnell einlesen können. Was heißt, ihr bewertet einfach, wie gut ist die Grundlage, wie gut ist die Dokumentation des Library, des Frameworks. So, der nächste Punkt, der ist relativ schnell zu beantworten. Ihr geht auf die GitHub-Seite und guckt dort, wann wurde das letzte Mal ein Patch hochgeladen. Oder ihr geht auf die NPN-Seite und guckt euch da an, wann der letzte Upload war. Wenn dort steht, das ganze Ding wurde das letzte Mal 2015 geupdatet, dann könnt ihr davon ausgehen, das ist tot. Der Entwickler, der sich damit beschäftigt hat, hat entweder keine Lust mehr, hat was Neues gebaut, existiert vielleicht schon eine neue Version oder ist es schlichtweg einfach komplett outdated. Was heißt, guckt euch an, wann sind die letzten Patches gekommen, wie regelmäßig kommen die und vor allem wird es in Zukunft weitergehen. Was heißt, das beste Beispiel hier ist AngularJS, wo der Entwickler selbst, also Google sagt, wir machen nicht weiter, das ist tot für uns, dann sollte man eventuell kein neues Projekt mit so einem Framework anfangen. Also das ist einfach die Aussage, die ihr bewertet in dem dritten Aspekt, wie wird es weiterentwickelt und wenn nicht, ist es für mich sowieso raus. Was heißt, das ist ganz wichtig und das ist wirklich ein Kernprojekt, wenn ihr an einem Projekt arbeitet, was jahrelang bestehen soll im besten Fall, dann sollten auch die Bauteile, aus denen ihr das Projekt baut, jahrelang weiterentwickelt werden, weil sonst schadet es eurem eigenen Projekt. So, der vierte Punkt ist relativ einfach zu beantworten und zwar ist das Ganze Open Source oder kostet es Lizenzgebühren? Das heißt, überlegt euch einfach, möchte ich Open Source nutzen, darf ich nur Open Source nutzen, habe ich vielleicht gar kein Budget oder habe ich ein Budget und Lizenzgebühren sind okay, aber was kostet das Ganze? Das heißt, dementsprechend solltet ihr das bewerten, weil dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, vor allem wenn ihr in Zukunft mit eurem Projekt etwas vermarkten wollt, etwas vorhabt, dann ist es halt wichtig zu wissen, welche Kosten eventuell auf einen zukommen, wenn man das ganze Ding vermarktet oder nicht, weil das könnte wirklich am Anfang einen richtig hart treffen, wenn man auf einmal, man schaltet die App online, die geht in App Store und auf einmal kommen da 2.500 Euro Lizenzgeburen im Monat auf einen zu, das ist dann doch schon ganz schön happig und das sollte man im Vorfeld recherchieren und deswegen sollte es in eure Recherche definitiv auch mit rein und auch in die Bewertung möglichst gezielt mit eingefügt werden, mehr oder weniger. So, der fünfte Punkt bezieht sich so ein bisschen auf die Documentary-Geschichte und zwar, wie groß ist die Community? Was heißt, wenn ihr ein Projekt macht und ihr setzt gerade auf Vue, auf Angular oder React, dann habt ihr drei gewaltige Communities. Was heißt, auf Stack Overflow sind tausend Leute, die euch Fragen beantworten können, ihr findet im Internet Foren, Tutorials, Anleitungen, How-Tos, ihr könnt bezahlte Kurse nehmen. Es gibt viele Entwickler, die später euch helfen können, wenn ihr eine App baut und weitere Leute braucht. Was heißt, wie groß ist die Community? Das kann man auf verschiedene Wege herausfinden. Einmal ist es einfach so eine Wahrnehmung, wie beispielsweise jetzt Angular, React und Vue, aber auch sowas wie jQuery oder Anime.js oder D3.js. Das kann man ziemlich leicht herausfinden, in dem Moment, wenn ihr einfach beispielsweise im Internet ein bisschen recherchiert. Es gibt immer wieder Statistiken von verschiedenen Seiten, wie Stack Overflow als Beispiel oder von Xing oder LinkedIn oder so etwas, wo die vergleichen, wie viele Entwickler gibt es, die mit dieser Software arbeiten. Oder ihr geht einfach direkt auf die Repository-Seite, auf GitHub oder auf Bitbucket oder so und dort stehen, wie viele Contributor es gibt und wie viele Leute das verfolgen, dieses Framework. Und wie viele Bugs gepostet werden, wie viele Fragen auf Stack Overflow gestellt werden zu diesem Framework, zu diesem Tool. Und so kann man das so ein bisschen herausfinden, wie groß die Community ist. Ich persönlich würde immer empfehlen, möglichst große Communities zu wählen und gut zu bewerten, weil so steht euch Hilfe, Anleitungen, wie schon gesagt, Tutorials und so weiteres. Und viele weitere nette Features zur Verfügung, die bei kleinen Frameworks, die vielleicht nur 30 Nutzer haben, eher schwer zu finden sind. Niemand reviewt oder macht ein Tutorial über ein Framework, was 30 Nutzer hat. Vielleicht mit Glück, wenn das ganze Ding gerade startet, ist man dann einer der Ersten. Aber wenn das Ding schon fünf Jahre am Markt ist und niemand nutzt es so richtig, dann würde ich persönlich damit kein Projekt aufziehen. Einfach, weil es nicht zukunftssicher ist. So, die letzte Frage ist mehr oder weniger, wer dahinter steckt. Das heißt, man sollte zu Beginn überlegen, wer hat dieses Framework eigentlich gebaut und aus welchen Gründen. Beispielsweise Angular ist von Google. Es ist der Nachfolger von AngularJS und Google hat dieses Framework gebaut, um damit ihre eigene Software weiterzuentwickeln. Und die setzen auch in Zukunft darauf, um ihre eigenen Dienste weiterzuentwickeln. React kommt von Facebook und so weiter. Was heißt, hinter jeder größeren Library, hinter jeder größeren Framework oder ähnlichem steht irgendjemand. Eine Organisation, eine Firma, einfach ein Zusammenschluss von Entwicklern, manchmal auch nur ein Entwickler. Und guckt euch einfach an, wer ist das, wer macht das. Und im Regelfall ist es so, wenn das einer ist, ist die Gefahr groß, dass wenn der keine Lust mehr hat, wenn der einfach was anderes macht, wenn er einen neuen Job geht, er hat keine Zeit mehr, das Ding zu warten. Es liegt brach, es wird nicht weiterentwickelt, es geht kaputt. Das sind so die Punkte, die bei einem Entwickler halt dahinter stehen. Und gleichzeitig haben auch solche Sachen wie Angular von Google Probleme. Wenn man beispielsweise damit anfängt, ist man halt von dieser Firma abhängig. Wenn die später sagen, okay, Angular ist jetzt free to use, wir wollen jetzt aber Lizenzgebüden dafür, dann kann man relativ wenig dagegen tun und muss die dann einfach bezahlen. Oder umwechseln, was dann ein Riesenaufwand wäre, wenn man damit seine ganze Software aufgebaut hat. Was heißt, überlegt, wer steht dahinter, ist dieses Risiko, was damit verbunden ist, dem Aufwand entsprechend oder ist es eher zu hoch für mich oder zu niedrig? Also man muss es einfach für sich selbst einschätzen, wie man dazu steht. Aber man sollte sich damit auseinandersetzen, wer steckt hinter dem Framework und vertraue ich demjenigen, der dahinter steht. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ihr könnt hier selbst mal schreiben, wie ihr rangeht, solche Punkte zu bewerten. Ob ihr vielleicht selbst noch weitere Aspekte habt, die man bewerten muss, die wichtig sind, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich pinne die an, wenn die gut sind, sodass die anderen sie auch sehen können. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und Leute. Bis dahin, viel Spaß haben. Bis dahin, Kivaolu- Minute-S"! Bis dahin, viel Spaß und sicher weiter.